Musik Glück auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video von Black IMSS Heute mal ein Gameplay auf der Map Dig 1.31.6, hat richtig Spaß gemacht, obwohl ich am Anfang ein bisschen Probleme hatte, weil ich die Map erst das zweite Mal gespielt habe Aber ich bin dann ziemlich gut reingekommen und ich finde, ihr solltet euch einfach mal angucken, denn ich habe ein paar interessante News für euch Vor allen Dingen das letzte Thema hat mich total schockiert, also da bin ich fast tot umgefallen, werde ich aber dann gleich drauf eingehen Erstmal was Positives und zwar Microsoft hat endlich bekannt gegeben, dass die Xbox One am 22.11.2013 rauskommen wird und ich freue mich riesig drauf Wie gesagt, ich habe sie mir vorbestellt und ja, ich will einfach die Online-Future da haben, Cloud Gaming, die ganzen Server und hoffe einfach, dass man dann richtig anständig online zocken kann Wie gesagt, wir jetzt auch nicht wieder irgendein Thema oder Diskussion oder Streit zwischen Playstation und Xbox anzetteln hier Es ist bloß meine Meinung, wie gesagt, ich wollte es euch halt bloß mal bekannt geben Und das hat halt auch die Folge, dass ich dann ab dem 22.11. Gameplays von Call of Duty Ghosts mit der Xbox One Grafik auf meinen Kanal für euch präsentieren werde Also könnt ihr auf jeden Fall euch drauf freuen, wird bestimmt ganz cool Und ich werde auch am 22.11.2013 ein Unboxing zur Xbox One machen, freue ich mich auch schon richtig drauf, habe ich noch nie gemacht Bin ich mal gespannt, ob das was wird Und ja, wie gesagt, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da drauf Bock habt, würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen Ja, jetzt noch mal kurz zur Xbox, da gab es ja jetzt doch ein paar News Und zwar wurde ja, nachdem die GPU von 800 auf 853 MHz angehoben wurde Haben sie auch die Taktfrequenz von 1,6 GHz auf 1,75 GHz erhöht Und ich denke, das sollte eigentlich alle erfreuen Auch die PCler und Playstation-Spieler, weil je besser die Konsolen werden, desto besser ist es ja für alle im Endeffekt Und ich fand das eigentlich eine ziemlich coole News Dann hat Cloud, äh Cloud sag ich schon, Microsoft angekündigt, dass das Cloud so ähnlich wie das Gaikai-Service von Sony funktionieren soll Und zwar kann man dann die alten Spiele auf den neuen Konsolen streamen Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man die Xbox 360 Games dann auf der Xbox One zocken kann Wie gesagt, müssen wir uns auch mal überraschen lassen, ob das dann wirklich alles so funktioniert Und jetzt habe ich noch ein Gerücht für euch, wie gesagt, es hört sich erstmal gut an Ist aber wie gesagt ein Gerücht, ich kann auch nicht glauben, dass das stimmt Auf jeden Fall geht das Gerücht darum, dass die Xbox One eine zweite Grafikkarte bekommt Eine dedizierte Grafikkarte Und zwar soll die 2304 bis 2560 Schadeneinheiten haben Und das ist verdammt viel Und es wird sich halt darauf gestützt, dass die GPU der Volcanic Island Serie angehört Und da ist es halt möglich, verschiedene Chips zu stapeln Also so zusammenzufassen auf Deutsch gesagt Das würde dann natürlich die Aufbauweise von den Chip erklären Die halt, sag ich mal, für den normalen Chip eigentlich relativ groß geworden ist Und viele Transitionen etc. da drauf sind, was halt eigentlich nicht so üblich ist Könnte ein Indiz sein, aber wie gesagt, ist halt nur ein Gerücht Und es gibt da halt auch noch andere Sachen, die das halt, sag ich mal, bestätigen könnten Was aber halt, wie gesagt, nicht sicher ist Zum Beispiel das große Gehäuse würde dann auf jeden Fall Sinn machen Und die Spannungsversorgung, die am Mainboard anliegt, würde dann Sinn machen Weil die für das jetzige System, so wie es ist, eigentlich viel zu hoch wäre Und wenn man dann halt die zweite GPU da hätte, dann würde das Ganze schon ein bisschen mehr Sinn ergeben Wie gesagt, wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen Werde euch unten mal in der Beschreibung den Link dazu reinhauen Dann könnt ihr euch das selber durchlesen Wie gesagt, handelt es sich hier nur um ein Gerücht Also ich will jetzt nicht irgendwas in die Welt schmeißen oder so Sondern einfach bloß mal das Gerücht auffassen und euch mitteilen Ja, und jetzt kommen wir eigentlich mal zum allerspannendsten Beziehungsweise da, wo ich fast tot umgefallen wäre Und zwar wurde gestern auf Twitter die News bekannt gegeben Von Mark Rubin Dass bei Call of Duty Ghosts Leute, hört zu Bei Call of Duty Ghosts soll man angeblich nicht mehr Quickscopen können Also wo ich das gelesen habe Ich weiß gar nicht, was ich jetzt richtig dazu sagen soll Also ich bin fast tot umgefallen Ich verstehe das nicht, wieso sie das jetzt ganz rausmachen wollen Ich meine, es gibt viele Leute, die Quickscope hassen Und es gibt viele Leute, die das gern machen Und ich bin der Meinung, dass man halt, sag ich mal Beide Parteien irgendwie unter einen Hut kriegen muss Und ich würde es dann halt einziehen Beziehungsweise okay finden, wenn sie sagen Wir machen das Quickscope schwerer Als wie es bei Black Ops 2 gewesen ist Dass wirklich nicht jeder das kann Sondern nur die, die es unbedingt wollen Und dann wirklich krass dafür üben Aber dass die das jetzt ganz rausnehmen wollen Das kann ich einfach nicht verstehen Vor allen Dingen der Widerspruch in seinem Twitter-Beitrag Man sagt da, man wollte das Ganze ein bisschen realistischer machen Schön und gut, ne? Dann schreiben sie, dass sie die Sniper angepasst haben Dass die mobiler, wendiger, etc. sind Aber im Gegenzug behaupten sie oder sagen sie Dass das Quickscope nicht mehr möglich ist Ja, hallo, wo ist denn da die realistische Seite? Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Sniper, das Quickscope wegnehme Und dann ihn aber mobiler mache Was ist das für ein Quatsch? Wenn ich nicht Quickscope kann, brauche ich nicht mobil zu sein Und wenn man es jetzt wirklich mal auf die Realität bezieht Sind Sniper auch nicht mobil Also, ich, ne, ich verstehe das Ganze nicht Mich würde aber trotzdem mal interessieren Was ihr von dem ganzen Thema haltet Schreibt es mir in die Kommentare Also, ich freue mich wirklich auf jeden Kommentar darüber Auch wenn ihr vielleicht irgendwas zu Xbox One loswerden wollt Oder so, würde ich mich freuen Ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig Lockerflockig von der Hüfte Bis zum nächsten Video Euer Black Imas Ich freue mich ganz schön Ich freue mich Ich freue mich Ich werde mich Ich freue mich Deنا um das bitte L'hrics Und Ich werde mich